Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf BVB Insights und den aktuellen News rund um Borussia Dortmund. Rafael Guerreiro ist ja nur noch ein weiteres Jahr an Dortmund gebunden und deswegen ist ja wohl auch der BVB durchaus gesprächsbereit in Sachen Verkauf, sollte man im Sommer ein attraktives Angebot erhalten. Und wie die Mundo Deportivo nun berichtet, wurde linke Verteidiger dem FC Barcelona angeboten und die Katalanen sollen auch durchaus interessiert sein am 28-Jährigen. Denn laut dem Magazin ist Basel-Trainer Xavi ein Fan des Portugiesen und durchaus offen für einen Transparenz im Sommer. Der aktuelle Marktwert von Guerreiro liegt ja bei ca. 35 Millionen Euro mit Blick auf die relativ geringe Restvertragslaufzeit. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass Dortmund genau diese Summe erhalten wird, aber natürlich schon mehr als möglich, dass man um die 30 Millionen bekommen kann. Beim FC Barcelona sucht man auch nach einem neuen linken Verteidiger als Konkurrent zu Jordi Alba. Da könnte natürlich Rafael Guerreiro schon sehr gut reinpassen und auch für Dortmund kann es natürlich ein attraktiver Deal werden, wenn man zum einen ordentliche Ablösungen bekommt, ein Jahr vor Vertragsende und möglicherweise sich auch einen linken Verteidiger holt, der defensiv nochmal einen Tacken stärker sein wird. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball! Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.